Betriebsanlagen brauchen Genehmigungen. Die Genehmigungen für Betriebsanlagen beinhalten oft auch Auflagen. In dieser Folge von 3 Minuten Umweltrecht wollen wir uns kurz damit beschäftigen, wie ich solche Auflagen abändern oder vielleicht sogar loswerden kann. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber & Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Wer in Österreich eine gewerbliche Betriebsanlage betreiben möchte, benötigt in aller Regel dafür eine sogenannte Betriebsanlagengenehmigung. Die Betriebsanlagengenehmigung ist zu erteilen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen, also wenn beispielsweise die Schutzgüter der Gewerbeordnung nicht beeinträchtigt werden. Es kommt zu keiner Gefährdung von Leib und Leben oder der Gesundheit von Menschen, zu keiner Beeinträchtigung des Eigentums, zu keiner Beeinträchtigung der öffentlichen Interessen und dergleichen. Wenn die Erteilung der Betriebsanlagengenehmigung nur unter der Einhaltung bestimmter Auflagen nicht in diese Schutzgüter der Gewerbeordnung eingreift und demzufolge auch nur so möglich ist, dann sieht die Gewerbeordnung vor, dass die Behörde Auflagen vorschreibt. Das ist in Wahrheit der Regelfall. Manche Auflagen verlieren aber mit der Zeit ihre Sinnhaftigkeit, weil sich der Betrieb ändert, weil sich die äußeren Umstände ändern und dann stellt sich die Frage, kann der Betreiber einer Betriebsanlage auch eine Auflage wieder unter Anführungszeichen loswerden? Ja, das kann er. Es gibt in § 79c in der Gewerbeordnung, der vorsieht, dass wenn ein Betreiber glaubhaft macht, dass er seine Auflage nicht mehr braucht oder nicht mehr in dieser Form braucht, wie sie im Bescheid enthalten ist und trotzdem die Schutzgüter eingehalten werden, dann kann er einen Antrag stellen. Die Behörde, die Gewerbebehörde muss diesen Antrag auch behandeln und auch hier gibt es wieder einen Rechtsanspruch. Wenn das, was der Antragsteller vorbringt, wenn das, was er glaubhaft macht, auch tatsächlich richtig ist und die Schutzgüter der Gewerbeordnung auch ohne diese spezielle eine Auflage beispielsweise eingehalten werden, dann hat die Behörde und darauf hat der Betreiber der Betriebsanlage einen Rechtsanspruch, diese Auflage tatsächlich auch abzuändern oder im Fall der Fälle sogar ersatzlos zu streichen. Und das ist der Weg, wie ich Auflagen wieder loswerden kann.